Servus Leute, ich bin heute in einem Bikepark ausgekauft und schauen wir uns heute mal die Downhill an. So, anfangen wir mal an. Das ist noch recht schön da herum. So, wo schwere Sprünge drin. Das ist sauerutschig. Und ich stehe nicht, die einen Arsch glatt. Weil es ein bisschen los ist. So. 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 So.